Nabel hat mir das privat erzählt. Die wahre Geschichte ist... Die wahre Geschichte ist... Wir waren ein Team. Unsere Wege haben sich getrennt. Wer? Erwähn den Namen bitte. Mit Mois. Und wer noch? Das macht ja nichts. Ist doch scheißegal. Auf jeden Fall. Bei Mois wurde eingebrochen. Der hat ein sehr wertvolles Mikrofon gehabt. Ein sehr wertvolles Studio. Viele Sachen sind weggekommen. Was heißt denn wertvoll? Wertvoll heißt 15.000. Für ein Mikrofon ist schon sehr viel. Aber jetzt ist nichts, wo man... Für dich ist das natürlich viel, weil du noch nie in deinem Leben 15.000 hast. Ja, du kleiner, guck mal deine Fingernägel, du eklige... Hallo, hallo, hallo. Schade, schade. Lass ihn doch erzählen. Wirklich, würde mich echt interessieren. Ja, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr seltenes, wertvolles Mikrofon, was entwendet wurde. Ist das ein Mikrofon, das aus Amerika mit diesem Gras und so einen Scheiß? Da ist irgendein Teil drin, was... Eine Flüssigkeit, eine Flüssigkeit, ja genau. Was in Deutschland verboten ist, ja, ja, ja. Genau, und derjenige, der es entwendet hat, hat es ihn zurückgegeben. Also was heißt... Ich sag mal, Polizei, in deinem Schlafzimmer das Mikrofon gefunden habe. Wie bitte? Das Mikrofon meint ihr gefunden. Wallah, ja. Wo Polizei Ratze gemacht hat. Lass mich kurz reden, ja? Ja, ganz ehrlich, ich würd's wirklich wissen. Hat die Polizei bei dir Razzia genommen? Nein, warum? Du Spinner, Alter, schade. Okay, erzähl weiter. Ja, und auf jeden Fall, derjenige, der es gewesen ist, hat es ihn zurückgegeben. Ich sag dir offen und ehrlich, ne? Nach dem Verhältnis, wie wir uns getrennt haben, also soll mich jetzt jeder... Ich bin ein ehrlicher Mensch. Soll mich jeder dafür hassen? Hätte ich das Mikrofon entwendet, ich hätte es ihnen aus Prinzip nicht zurückgegeben. Hä, das ist aber sein Eigentum, dann bist du ja richtig Harami-Boy. Was soll das? Ja, genau. Dann bin ich das halt. Weil ich hätte mir gewünscht... Du weißt ja nicht, was zwischen dir vorgefallen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass er sich hinsetzt, bis heute hat er nicht gemacht, dass er sagt, ey, hör mal zu, ich hab mein Mikro wieder und das ist ein Schneebild gewesen. Verstehst du? Soll ich mit ihm kurz reden, soll ich? Warte, du. Ich bin gleich Sprachnachricht. Na, hey, chill. Doch, doch. Mit wem will er reden? Wie bitte? Wer will Mois eine Memo schicken? Sondern doch. Mois, das, was du gemacht hast, ist wirklich ein Jahr, hast du Menschen unterstellt. Ja, willst du die? Er hat nie unterstellt. Er hat nie gesagt, dass ich es gewesen bin. Nimm diese Personen, bitte. Macht eine Gruppe, setzt euch in und bitte sagt, dass es nicht Nabil war, ja? Wallah, als sonst. Wallah, die Menschen denken falsch, ja? Mois, bitte. Hab geschickt. Wallah. Okay. Ja, wenn wir dann wollten, ja? Ich hab geklärt. Junge, das geht einfach. Das geht einfach heutzutage. Ein Nachricht, fertig. Dankeschön, Barello. Vielen Dank. Gerne. Weißt du, ist das 14? Leute, ich weiß aber echt, wer das Mikrofon geklaut hat. Sag Namen. Weil du bist ein Mann, du sagst es direkt, ich weiß. Es fang mit S an, endet mit G. Ey! Er will direkt Finanzie sagen, oder? Stimmt. Aber Sinan endet mit N. Ah, ja. Der meint nicht Sinan. Der meint Sanjay. Ich weiß nicht. Naja. Ah, jei, jei, jei. Äh, Arawad, jetzt hab ich eine Frage an dich. In was für einem Verhältnis stehst du mit Mois? Oder steht die überhaupt? Also habt ihr irgendwie Kontakt? Oder was hältst du von der Person? Nein. Arawad, ich hab auch eine Frage an dich. Ja, lass sie nur erst mal antworten. Arawad, ich hab eine Frage noch an dich. Arawad, ich hab eine Frage noch an dich. Arawad, bitte. Bald ist ja Weihnachten. Hat Pushito dir einen Brief geschickt? Weihnachten? So, Postkarte? Ja, so Tankbaum-Postkarte. Okay, jetzt kannst du reden. Arawad, hab ich eine kurze. Hör auf damit, ja. Es reicht. Ich danke dir. Es reicht dir, es reicht. Also ganz ehrlich, ich hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis mit Mois. Ich hatte kein schlechtes Verhältnis. Und wenn am Ende des Tages, er war nicht schlecht zu mir, er war immer schlecht zu sich selber am Ende des Tages. Weißt du, was ich meine? Kann ich dir eine Frage stellen? Oh, danke, wenn ich denke. Eine Frage an den Engel. Kann ich kurz stellen, Papari? Ja, frag, Bruder. Nee, ob Papari das erlaubt? Ja, aber nicht unter die Gürtellinie, Alter. Du bist immer so... Ah, nee, ich hab Angst, ja. Dann stelle ich nicht. Also unter die Gürtellinie. Nein, also... Ich denke nicht. Ich denke, es ist eine normale Frage, aber... Okay, dann sag mal, dann mal gucken, was du unter normal verstehst. Also, ich wollte eigentlich fragen, was denkst du, wer reicher ist? Arawad oder Bushido? Boah. Ich sag dir ganz ehrlich... Ich sag dir ganz ehrlich... Ich sag dir ganz ehrlich... Ich kenn ja Arawad oder... Reich? Also, so... Reich ist Allah. Wollte gerade sagen... Untergrund her ist Arawad oder Reicher. Barello? Ja. Worin definierst du einen Menschen, der reich ist? Ich schwöre dir. Mit... Reich an Glaube, reich an Erfahrung. Mit was? Was nützt dir Geld, wenn du das nicht alles verdirbt? Ja, Arawad oder Abnabe sagt das jetzt nur so mit Herz und so, weil er kein Geld hat. Deswegen... Wenn man das nicht hat, sagt man immer. Okay, Tshare. Wo du bei mir warst, hat es dir an was gefehlt? Bruder, du hast schon was. Nein, aber ich frage dich. Hat es dir an was gefehlt? Ja, ich vermisse... Ja doch, ich vermisse meine Villa. Okay, Alhamdulillah, oder? Alhamdulillah, Wallah. Verstehst du? Ich meine deswegen, Bruder. Das, was ich habe, das gebe ich mit Herz. Bruder, aber du willst jetzt nur so reden bei Barello, weil du weißt, ha, genau. Du kannst ja kein Rolex mehr so leisten, weißt du? Deswegen willst du jetzt so reden. Genau. Ich glaube, wenn Nabil will, er macht einen Kampf, er verdient direkt 60.000 Euro. 70.000 Euro, reden ist das nichts, ja? Nabil kämpft aber nicht. Nur, der macht... Ich meine, wenn er rollen würde. Der präsentiert sowas nicht vor Kamera. Ich werde Arafat nichts fragen. Wenn ihr was zu fragen habt, geht rüber und fragt ihn. Ich frage Arafat das, frage Arafat das. Außerdem, Nabil hat ein gutes Herz, er klaut auch mit Herz. Ja, ich klau mit Herz. Wenn ich's mache, dann mit Herz. Wallah Engel, Wallah IPA, Wallah, weil Nabil ist korrekt. Ja, der ist mein Freund, Karl, ich darf ihm scherzen. Mach dir keine Sorgen. Wir machen das. Ich versteh das, ich versteh das falsch mit Nabil. Nabil ist der marokkanische Robin Hood. Ich klaufe in der Reiche und gebe der Arme. Genau. Der Robin Hood. Aber ey, Charly. Ja? Bruder, ich sag dir, bei deinem Aussehen, diese zwei Zähne im Mund, du darfst Witze machen, wie du willst. Ich hab kein Problem damit. Mach gut. Bruder, die werden bald repariert. Bruder, du Nabil, die werden bald repariert. Aber ich muss dir was sagen. Guck mal, ich kenn das ja selber. Ich hab früher auch eklige Zähne gehabt. Alhamdulillah nicht mehr. Du bist immer noch eklig. Du bist immer noch eklig. Du bist immer noch eklig. Du bist immer noch Hand vor den Mund. Immer wenn du lachst. Naja, vergleich mich hier nicht mit solchen Leuten. Was soll das? Lass mich doch mal austreten, Mann. Warte mal. Und dann, es kam damals von seinen Drogen, dann hat er sie komplett machen lassen. Ist doch echt. Das ist extrem. Wer? Ja. Ja. Wir wollen gar nicht über das Thema aufmachen. Ich hatte heute wieder Gericht. Schon wieder. Schon wieder. Ja? Schon wieder. Schon wieder. Ja, ja. Ja, ja. Heute kam Basil Kilic und hat ausgesagt. Ja. Wie lange geht das jetzt? Es wurde jetzt weiter geschoben auf April. Wunderbar. Wunderbar. Ihr habt ein Gericht und so, ne? Du und er. Sagen wir mal, er sollte bei Gericht so gewinnen. Muss Papa eigentlich Knast? Oder was passiert da genau, wenn ich fragen darf? Klass. Klass nicht. Es geht ja um ihr Geld. Nicht um Klass. Na klar. Echt? Kann ich auch Klass erwarten? Kann alles. Das ist scheiße, Mann. Arafat, ich hab noch eine Frage bitte, ne? Nein, nein. Du stellst keine Fragen, weil du machst diese Fitnessfragen. Ich persönlich. Nein, Herr Scheiß. Nein, stell nicht. Bitte. Ja, das ist richtig. Guck mal, Papa Ali. Ja, aber Arafat Abi, wieso passiert Bushido nix? Wegen Lügenaufsagen und so? Der ist doch schon abgehauen. Kommt ja nicht mehr, ne? Dann ziehe ich auch eigentlich schon mal das hin. Geht doch auch Dubai, sein Nachbarn mit ihm. Oh du leid. Ich könnte da gar nicht leben. Urlaub mal, ja, aber... Das wäre geil, wenn Arafat Abi auch Dubai jetzt geht. Auf einmal neben Bushido wieder Nachbarn. Grüße. Ich grüße Luzern. Arafat Abi, ich soll dich mal nach Cosimo fragen, ob du noch Kontakt mit ihm hast. Ja, ich schwöre dir. Ich weiß jeder, wie er über Cosimo denkt, aber ich mag Cosimo. Ich war mit Cosimo in New York. Ich bin anders. Ich bin einfach von, wie er weiß ich nicht mehr, wie er noch mal ein bisschen was. Wie er noch nicht mehr in Deutschland hat. Ich bin gestörtlich. Ich bin angenehm.